Es ist eine Art Beweisfoto, hallo? Der könnte behaupten, dass ich und er unter einer Decke stecken, hier am Arsch. Na klar, ich mache vielleicht Fehler. Du wirst dich selbst, Timothy. Wenn du ein Rat bist, dann schütze ihn. Ich habe das Respekt für das, und mit Respekt kommt die Verzüge. Grüß, Wayne. Komm mit mir. Wie ein Föhrer von Technologie, dachte ich, dass du das magst. Wayne und ich haben eine Komponenten für ein Anwendung, die ich brauche, wenn wir nach dem Blacksite kommen. Anwendung? Ja, ein Eis-Explosiv für die Feuer-Failsafe. Das ist nicht das Impressive Detail. Als wir nach Interferenz waren, habe ich herausgestellt, dass ich besser effizient wäre, wenn ich kleinere Versionen verwendet habe und sie als Projectiles verwendet habe. Wer waren sie? Hinderungen. Wie Sie sehen, hat es sehr viel Erfolg gemacht. Impressive Wissenschaft, Freize. Ihr seht, dass ich nichts ineffektuelles mache, Mr. Wayne. Hörst du das, Freize? Wayne ist für dieses Leben nachher, oder? Ja, ich dachte so viel, nachdem er einen Krieg mit einem Mann vorgelegt hat. Aber ich hoffe auch, dass ich mich Bruce Wayne aus Versehen in eine finstere Richtung lenke. Ich bin sicher, dass er das gemacht hat. Bain, komm mal. Ich habe mich gebrochen. Es ist gefährlich, wenn man einen Fehler macht, wenn man weiß, dass ich einen Mann vorgelegt habe. Du hast versucht, uns zu verabschieden. Nein, ich will mich verabschieden, wie du. Ich habe Mouths zu verabschieden. Mann! Wenn die Bulle gekommen sind, du hast nicht woanders gefunden. Ich... Ich... Ich weiß, dass ich kein Traitor ist. Ich stand für dich, erinnert. Komm mal, Mann. Wir müssen uns zusammenlegen. Ich denke... Ich denke, erinnert? Ja, sicher. Ein ziemlich starker Weg. Gut. Ja, ja! Warum, warum ich so mache, wenn ich was schrecklich? Ich werde dich auf die Wallen, um zu schnauern, ja? Oh, ho, ho! Ein Gäuertes, aber nicht genug, um dich zu retten. In fact, deine Bewusstsein, wie du zu verabschiedern, nur mehr Verweigungsfreiheit. Ich hab mich für ihn eingesetzt. Ich konnte nichts... für ihn tun! Wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich mich um irgendjemanden kümmere, würde ich... Ich bin von Santa Prisca! Ich habe ihn nur gesehen. Ich habe ihn nur gesehen. Wer gewinnen? Sie wollen dich nicht! Ah, das ist in Ordnung. Genau. Laptop. Das ist die perfekte Zeit. Sie wissen sicher, dass es ihn war. Jetzt was? Sie wissen die Kosten. Ich lebe die Loyalität über alles. Du wißt du, wer wird ein schweres Zeit sein zu sein? Der Mann! Der Mann! Ich habe ihn in der Arbeit. Ich habe ihn in der Arbeit, um ihn zu holen. Und dann ist es alles dein. Ja. Ich habe ihn für mein ganzes Freund, Bruce. Und nur du. Ich habe ihn. Das ist ein Plan. Ich habe ihn in der Arbeit. Ich habe ihn in der Arbeit. Oh Gott. Oh, das ist gut. Ja, das war eine gute Idee. Hey, ihr zwei. Was ist passiert? Harley! What a surprise! You guys get me a Blacksite location or not? The answer had better be, yes, Harley. We didn't find the location to the Blacksite yet, but we did uncover the code name for whatever you're after. Project Lotus, ring any bells? And what is Project Lotus? What do you want? Shouldn't you be informing your men they work for me now? You? You can't even keep these two from colluding. Puddin? Are you kidding me? He's loyal to a fault. I'm loyal, Harley. Yeah, definitely. Which is good, for you. Because you need help. Them all, Bane's men, you... maybe, possibly, potentially, can't handle it... ...alone. I'm really the only man for the job. Me, and only me. You, time out! And you, we need to talk. Soll ich den mal, wofür sie finden? Bruce, Bruce, Bruce. This here is one of my favorite toys. Helps me make boring things into pretty things. Can you be a smart guy and guess another one of my favorite toys? Come on, you can do it. Is it John? Oh, look at that. There are some neurons firing in there after all. You two are getting a little too close for comfort. So I'm making a new rule. Hands, off. Point is, John's mind, and mind alone. So don't play with my toys, or I'll bash in that pretty face of yours. Mhm. Das war deutlich. Alfred, get a suit ready for drop off. Of course. Was your accomplice successful? Looks like. I'm on my way to meet him now. I'm just wondering if he comes. I wasn't really nice as Batman. Alfred, keep the drones alert. They're online and overhead, sir. Don't let your guard down. He's here. Which you didn't see? What's going on? Ok. How does your cape do that? Did you really? I think he was better. It didn't feel great, you know? Stealing from her. It felt like there was a little Harley with a halo on this shoulder, telling me not to do it. und dann die Bat auf der anderen, sprichst, »Just get it, John!« » 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 « » » You must run across this in your line of work. How do you deal with doing something good when you might be hurting someone you love? Because it certainly didn't feel good. Quite the opposite, in fact. Never let your emotions get the best of you. When you do, it means you're not cut out for this life. Sounds like you have to put a pillow on the faces of whoever's on your shoulders. I did bring the thing, by the way. Don't you worry. Perseus, I bring you the Gorgon's head. So, is Batman happy? You look pretty happy. Das bleibt mir zu geschmiert. Warum? You could do something for me. That's why I'm Mr. Kla. Like? Teach me. Anything. What about those, uh, boomerangs you have? I promised to me to use it for, you know, hero things. I'm not sure you've earned that yet. Oh. Yeah, okay. I'll get there. Just you wait. Working with you, Batman. Man, it's just been, wow. What I meant to say is, it's been an honor. I know I'm not quite there yet. I'll be battling worthy soon. You can take that to the bank. This is exciting. A new leaf. To new beginnings. You have potential, John. Do something good with it. Well, with you to look up to, how could I go wrong? Dieses Grinsen, Alter. I was thinking about updating my look. I'm your man on the street. Literally. What? What's planned? He's got something to do. 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 That's the Joker. He's got something to do. Oh, no. Oh, um. That's what I was thinking about. Maybe we should just start from the beginning. What happened? I'm glad you're here, Bruce. Miss Kyle is injured. I've dressed the wound as best I can. I trust you to tell him about your... I was just about to. There would be nothing... I hope you don't mind me... ...and I'm going to send her to her. I couldn't turn her away. Not in her condition? Not at all. Thanks for taking care of her. You've been so good to me, Al. I don't know how I would ever repay you. But of course. I hate to ask, but... Would you mind giving Bruce and I a second? I think now I get anger from her. How can I refuse? I'm worried about him, Bruce. I'm worried about him, Bruce. I'm pretty sure he's on the verge of a nervous breakdown. It's going probably... I'm going to be the one who pushes him over the edge. You're right. He's been... Off lately. I'm glad you're aware. You're lucky to have each other. Whoa, what are you doing? Relax. I'm just changing out the bandage. Be a doll and hand me a clean piece of gauze. Been through two dressings already. It's going to be the only thing that he doesn't get hurt. And I think that's how they can do it. Wow. That's a bit too fast. You didn't get this from a motorcycle accident. I was ambushed by your friend Gordon tonight. I thought you knew. You and Gordon are so tight. He must have mentioned he was coming after me. Gordon did what he had to. He's a good man. A good officer. So you did know? Why didn't you warn me? I thought we were friends. I never thought you would give me up. Not to the cops. I honestly don't know. I know you're confused about a lot of things right now. I was just hoping I wasn't one of them. Listen, this little game we play, you know I've always enjoyed it. The tit for tat. It's fun. But tonight, you've taken it too far. Way too far. How can I make it up to you? You can start by giving me access to that laptop. I know you snatched it from Harley. Why is the laptop so important to you? I wanted to get payback for Riddler. On my own terms. I let my temper get the best of me. But this is bigger than my vendetta. I want to find that black site. Before they do. The laptop is useless without Riddlers decryptor. Good thing I brought it then. We work together. Then do something. So that would be my goal. What are you offering me in return? You know when it comes to me. Nothing is for free. I'll give you what you really want. Me. Oh. Besides, you were willing to give me to the cops. Sorry, the boss doesn't put me in the mood. What do you want from me, Selena? I want you to admit that you need my help. I want you to say, Selena, I need you. I can't do this without you. Say it and it's yours. Selena, I need you. And? I can't do this without you. No. You can't. I can't do this without you. I didn't expect this. Now you can't do this without you. It's a mess. I can't do this without you. I can't do this without you. So, what now? Are we going to crack Riddlers laptop together or not? I'm not on a line here. Don't leave me hanging. Hey, come downstairs with me. What's downstairs? You'll see. Why do I trust you so much? Why do I trust you so much? Oh, I can't. I hate this turn. But it's not so much time. We差种 is already hurt. Well, another one is going on to find Okay. Give me every time a trial. Why do you make a body sweet? Yes. Let's do it again. What else? Well, you're doing anything With dass man, wenn man lügt, dass das auch eine harte Konsequenz sein kann, weil Lügen ist einfach. Ich dachte, ich hätte es gesehen, als ich dich mit den Sewer-Rats hielt, Bruce. Ja, man kann es einen mir anmerken. Das ist ja nicht dumm. Rache Männer und ihre Toile. Das nur was missing ist eine Wettbarf. Die Kaffee schlägt meine Teile aus der Verwärmung und hat mich direkt zu den Wettbewerben. Es ist perfekt. Ja, aber es ist so isolierend. Der ganze Welt ist einfach... ...vermütig. Ich weiß, wie schwer es ist, die Leute zu kommen. Das, dass du das gemacht hast, bedeutet mir viel, Bruce. Ich habe keine Scheine über jemanden, bis ich dich kennengelernt. Du bist ein schlechtes Influenz auf mich. Du sagst das wie es ein schlechtes Ding ist. Es macht das Leben mehr... komplizierter. Es... Being hier, mit dir. Ich bin zurück in Gotham für ein bisschen Redemption, aber ich habe es nicht erwartet, um es zu finden, neben dir. Es ist schön. Die Weise, die ich mit dir fühle, wie... wie ich kann besser sein. Du vielleicht fühlst dich das gleiche? Ich werde dich jetzt beschenken. Das ist das, was ich wollte. Ich habe das gebeten. Ich habe das gebeten. Ist das, was ich denke, das ist? Was ist meine Sachen, die auf dem Display in deinem Kaffee? Mit den Momenten des Psychopaths, die du verabschiedst? Nicht, dass du normal bist, mit einer Art von der Erinnerung, aber... Und da bin ich. Und da bin ich. Ich bin neben Harvey Dent. Das muss gut sein. Nein, du... Du bist richtig. In der Rückseite... Es ist nicht sensitiv. Ich erhebe deine Entschuldigung. Ich erhebe sie. Ich erhebe sie. Ich erhebe sie. Ich erhebe sie irgendwie schön. Ich erhebe sie. Ich erhebe sie. Okay. Ich erhebe sie. Du hast einen Moment? Ich habe etwas zu zeigen. Was ist jetzt? Lesen wir erstmal.